Ich bin bereit. Ich würde mir und den Schülern nicht guttun. Und im Endeffekt habe ich mich für die Musik entschieden und gesagt, ich brauche jetzt nicht noch zwei, drei, vier Jahre mit Master und Referendariat rumschlagen, wenn ich es nicht machen will. Nein, das ist eine Ausnahme heute. Also vor allem seit Corona-Lockdown kommt sehr selten vor, dass ich mein Make-up trage. Ich habe noch keine Lieblingsmeditationsübungen, aber ich mache sie gerne. Ich mache sie täglich und zwar immer morgens und abends. Ich habe ja schon so einige Hochzeiten erlebt. Beruflich und privat war ich auch schon. Ich glaube die im Corona-Sommer einfach, weil man ein halbes Jahr lang nicht mehr feiern war und dann konnte man endlich wieder feiern. Das war's mit Leonie Lauert. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst super, super gerne ein Like oder ein Abo drauf. Bis bald!